13 minus 5 ist gleich 8. Diese Rechenart nennt man Subtraktion und das hier ist ein Subtraktionszeichen, also ein Minuszeichen. Die beiden Zahlen bei der Subtraktion nennt man Minuent und Subtrahent. Und das Ergebnis, also hier die 8, das ist die Differenz. Auch diesen ganzen Block hier zusammen, also 13 minus 5, kann man Differenz nennen, weil 13 minus 5 ist ja das gleiche wie 8. Schauen wir uns das schriftliche Subtrahieren an, schriftliche Subtraktion. Und hier ist es wie auch schon bei der Addition so, dass du pro Kästchen eine Ziffer schreibst, also 438, rechnen wir mal minus 215. Auch wieder 1 unter 1, 10 unter 10, 100 unter 100 und so weiter. Ein Strich drunter und von der 5 bis zur 8 fehlen 3. 5 und 3 ergibt 8. Von der 1 bis zur 3 sind es 2 und von der 2 bis zur 4 sind es auch 2. Noch ein Beispiel. 524 minus 371. Von der 1 zu 4 sind es 3. Von der 7 zur 2, das funktioniert nicht, deswegen gehst du von der 7 zur 12. Weil du aus dieser 2 jetzt eine 12 gemacht hast, schreibst du die kleine 1 hier vorne hin. Von der 7 zur 12 sind es 5. Und hier die 1 und die 3 zählst du zusammen, also von der 4 bis zur 5 sind es 1. 613 minus 257. Von der 7 zur 3 geht nicht, deswegen machst du aus der 3 eine 13. Von der 7 zur 13 sind es 6. Von der 6, also 1 und 5 ergibt 6. Von der 6 zur 1 geht nicht, deswegen machst du aus der 1 eine 11. Von der 6 zur 11 sind es 5. Und von der 3 zur 6 sind es 3. Und wer N boilingenst es 3. Also 1 bis 3 hat 16 timegl七. Dub kannst du aus welchen Finden. D Cuba. Untertitelst nummerst. Finden n EnvironmentalNot Vitamin. Die� die 1 in den existen ist 4. keine Zeitgleicheostic und Findenz 1 anime können. Vielen Dank.